Wir dürfen aber nicht vergessen, dass wir nochmal zurück müssen, wegen dem, äh, was geht denn hier ab? Hilfe! ETF ist das! Der Hintergrund ist ja mal gar nicht verwirrend. Ähm. Wo ist der Gerät, wo wir hinwollen? Was ist denn das gemacht? Ah, Hux. Warte hier, war jetzt nicht irgendwo ein Loch. Da, hier, spring mal da unten. Dann da drüber einfach. Okay. Äh, steig mal auf mich drauf. Warte mal. Ich muss da, glaub ich, auf den linken Dingen. Was? Warum? Damit ich noch mehr Schwung hab. Okay. Wohl ne. Ja, das Problem ist, wenn ich's nicht sehe... Hm. Ja, ich glaub, ich brauch das auch gar nicht. Stell ich mal auf mich drauf, vielleicht können wir dann zusammen das machen. Weil, äh, sonst ist das Problem, dass einer von uns, äh, nichts mehr sieht, wegen der Kamera. Oh. Ich dachte, das wäre weiter. Ich warte. Ich warte. Ich hab Zeit. Hä? Hä? Lass mich was springen, ey. Ich hab's gas geschafft. Das ist ne gute Idee. Entschuldigung. Äh. Ich glaub, zusammen geht das nicht. Ich glaub, man muss von der anderen Seite springen. Ja, du hast's doch eben auch geschafft. Ja, das geht. Ah. Ah. Gleichzeitig springen nur. Drei. Zwei. Äh. Auf mich draufstehen darfst du dich nicht. Ah, fuck. Drei. Zwei. Eins. Nice. Pfff. Okay. Nicht runterfallen. Ich kann hier nur nach rechts. Fall dann aber direkt runter. Hm. Dann musst du ja da vielleicht kommen, oder? Kommst du denn da hin? Es ist eigentlich hier rechts weiter. Wo ist überhaupt das Teil, wo wir hinwollen? Keine Ahnung. Wahrscheinlich müssen wir durch dieses Labyrinth hier nach ganz oben. Einfach nur. Ah. Du hast schon einen Zoll kommen, ich seh nix runter. Ja, ich überleg grad nur, wie wir das anstellen, weil ich fall hier ja immer runter. Ich kann hier hin. Äh. Spring mal. Obwohl, ne. Das passt nicht. Hm. Ich muss irgendwie da rüber kommen, denke ich mal, ne? Oh. Eher nach rechts. Hm. Dann kann einer von uns den anderen in dieses weiße, in das weiße Portal boosten. Hat dieser Kasten da unten noch irgendwo ne andere Öffnung? Wo das grüne Portal drüber ist? Gut. Es geht cool. Ah, fuck. Hier rechts war gar nichts, ne? Ne. Ich hätte eine Idee. Komm mal hier runter zu mir. Und jetzt booste mich mal da drüber. Und jetzt musst du es blind schaffen, durch das Portal dazugehen. Auf der linken Seite. Du siehst ja den Punkt. Schaffst du das? Ja, ich versuch mal. Warte hier. Ja. Und jetzt komm mal zu mir runter und booste mich da hoch. Das geht nicht, ne? Ne. Ach, fuck it. Ich sehe auch keine Möglichkeit, wie ich da rüberkommen soll. Links war auch nicht mehr, ne? Ne, ne. Warum muss hier direkt noch so ein Bonus-Level kommen? Das eine doch gerade erst geschafft. Wofür ist das denn her? Tico. Wenn man da ausspringt. Also von hier aus vielleicht hier so. Pssst. Glaub nicht, dass das... Ups. Nö. Bringt nix, ne? Dann komm ich da drauf, oder komm ich auch so hin. Ich will da auch durch können. Ich würde da nicht sehen. Ich werde mir auch ein bisschen verlieren. Nö. 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 Ich habe keine Ahnung. Aber wir sind ja noch nicht so lange in dem Bonus-Level drin. Klatsch. Ich habe eine Idee. Schaffst du es nochmal her? Nee. Wie denn? Nee, gar nichts. Oh. Hilfe, Hilfe. Aber ich glaube, ich weiß, wie ich da rüberkomme. Oh. Ich glaube, ich weiß, wie ich da rüberkomme. Mein Schwein hat mich gerade auf eine Idee gebracht. Und zwar kommen wir mit hier auf die Seite. Boost mich mal nach oben. Verstehst du? Achso, ja, dass du dann da rausfliegst. Ja. Bleib mal da, dass... Dass ich dann da rausfliege. Das ist knapp und schwer, aber vielleicht schaffen wir es. Aua. Ich hätte es auch so geschafft. Das einfach zusammen machen. So, warte, mach mal von hier aus. Dass ich nicht mit dem Kopf an die Decke knalle. Jawohl. Okay. Ich darf, glaube ich, nicht in diesen Kasten reinfallen. Ich booste dich mal. Ich glaube, du musst mich ja da hoch boosten. Oder? Ja, du musst ja dann Schwung holen und da oben auch gehen, oder? Wahrscheinlich. Ich darf nicht zu nah an das Grüne gehen. Okay. Ah, geht da. So. Boah, jetzt. Wie willst du da hin kommen? Es ist die... Komm mal kurz noch mal runter. Boah, was haben wir dann da oben? Woher geht es dann hin? Weiß es nicht. Also, ich komme auf jeden Fall auch da hoch. Das heißt, ich booste dich jetzt mal da hoch und gehe dann da auch hin. Ähm, Moment. Einfach warten. Ich komme gleich. Äh. Das ist ein bisschen kacke, wenn man nichts sieht. Aber irgendwann schaffe ich das. Wenn man auch nicht mit der Kamera raus scrollen kann. Schon doof. Ja, das ist, glaube ich, geplant. Jetzt die Preisfrage, wo müssen wir hin? Ja, keine Ahnung. Ich tippe mal, dass das irgendwo da ist. Ich sehe nichts. Hä? Wo ist das Teil? Ich habe keine Ahnung. Beziehungsweise, ich habe noch eine Idee. Wir hätten gerade ein bisschen besonderer agieren sollen. Kommst du noch mal runter? Aber wir wissen jetzt ja, wie es geht. Ich glaube, ich weiß, wo es ist. Fuck. Im Kreis. Wolf der Scheiß. Ja, irgendeiner muss warten. Einfach mal gegenseitig blockieren. So. Irgendwie ist die Stelle hier die schwierigste. Shit. Das schafft immer nur einer von uns. Ah. So. Ah, scheiße. Wieso bin ich da gegen die Kante geknallt? Mann. Okay. Ich denke immer, ich springe zu weit. Dabei tue ich das gar nicht. Warte, musst du einfach mal orientieren. Versuch mal hier so an dem Punkt, hier geht es runter. An dieser Punkt der Reihe. Stimmt. Guter Plan. Ich muss es nur erstmal wieder zu dir schaffen. Also, morgen oder so. Also, hier am besten hier so reinschauen. Ja. Wenn du jetzt in der mittleren Linie, da kannst du dann... Ah, da ist es auf jeden Fall. Ja, Mann. Guter Tipp. Jetzt brauche ich deine Hilfe. Ja, habe ich gerade auch erstmal überlegt. Äh, muss weiter nach links. Äh, das andere links. Also, genau am Rand vor deines Portals musst du stehen. Sonst knall ich an die Decke. Fuck. Und mit der Punkt der Reihe... Okay, da war nichts. Ersatz mit X. X. Satz mit X, das war wohl nichts. Nix. Ja, geht doch. Fuck. Das ist aber auch echt schwierig zu koordinieren. Oh, Mann. Wir müssen es noch einmal da hoch schaffen, dann weiß ich glaube ich, wo das Teil ist. Ups. Du schaffst das, verdammt. Es geht nicht. Aber auch genau nicht. Ja. Jawohl. Ähm, ups. Gut. Jetzt gucke ich, dass ich wieder zu dir komme. Jetzt ist es echt schwer zu timen. Ich dachte, vielleicht kann man sich ja da nach oben, so quasi. Ich glaube, da muss einer geboostet werden, oder? Ja, okay. Nein, muss man nicht. Ja. Ich will noch mal helfen. Ups. Ich will noch mal helfen. du kannst es im prinzip jetzt obwohl näher ja ja doch mal versuch ich bin hab mich bin ganz am rand habe ich danach unten also quasi gerade so dass ich runter muss meine maus hallo da war sie kurz ich bin nicht hier ganz an den rand hat mich dann hier runter treiben lassen dann dass ich genau wieder hier drauf knalle und dann wieder zurück ok moment andersrum Ich komm da ja auch so hoch, also von daher... Don't do this, please! Oh, das nervt mich immer mehr. Nicht so genervt sein, ich mein, wir haben auf, ich weiß, wo es danach weiter, wir haben schon wieder ein Stück weiter gekommen, haben ein Stück weiter gekommen vor allem. Help! Scheiße, jetzt kommen wir hier wieder nicht mehr rüber. Nicht so hastig werden. Nervt mich, ich mag keine Geduld. Ja, du hattest eben aber schön viel Geduld. Ja, gezwungenermaßen, ich kann ja nicht einfach gehen, ja. Du kannst schon! Ja, ich könnte ja einfach ausbauen, ne. Wage quit! Ne, aber wer, wer, ich, ich... Wir müssen nur nach oben kommen, das ist einfacher als das letzte Bonus-Level. Nicht weitergehen. Ich brauche Hilfe. Hier, an der Stelle. Nice. First try. Ganz wichtig, wenn du bei dieser Dingens bist, immer nach rechts drücken, dass du auf gar keinen Fall ganz runterfällst. Ja, wenn ich... Ist raus? Glaub ich raus, oder? Nein. Warte mal, wenn ich jetzt hier auf den Europa springe... Don't do this! Warum schwingt der denn auch nicht? Ich hab X gedrückt auf dem fucking... Ah, vor allen Dingen hab ich gedrückt mit X. Ich bin dafür, wir machen folgendes und nicht weitergehen. Und ich... Du wartest in der Box, bis ich auch da bin und dann machen wir das zusammen. Oh. Das war mein Fehler. Das Problem ist, ich seh dann da drunter nichts. Help. Ähm, Moment. Nein. Zu spät nach rechts gedrückt. Ja. Ich knall immer an die Wand. Goddammit. Pff. Kome. Läuft. Nicht so übermütig werden. Das versuch ich mal. Kein Schachter auch manchmal sogar ganz rum. So... Nach. Wir wissen, dass es geht. Da bin ich doch ein bisschen näher dran. Ne, ne. Das ist ganz schlecht. Dann knall ich nämlich oben an die Wand. Ist ja auch jetzt mein Problem. Ja, wenn du nicht näher von hier kannst du ja besser hier rausspringen, oder? Ne, ne. Kann ich nicht. Weil dann knall ich da an die... Dann knall ich an die... Wo ist meine Maus? Von der Kante oben da. Weißt du was? Genau. Das habe ich beim ersten Mal schon gesehen, dass das gar nicht geht. We got this. Ach so. Ne, das geht gar nicht. Da kriege ich keine Kurve. Okay, vielleicht hier. Genau. Vielleicht hier an der Kante. Da musst du nur rechts drüber drücken. Wenn du nach dem Springen rausgehst. Ja, das Problem ist ja nicht, dass ich da... Das ist... Dass ich nicht um die Kurve komme, sondern dass ich zu früh an der Wand bin. Da oben. Ich knall zu schnell da drauf. Ach Gott. Was? Also die Position ist schon gut. Ich darf es nur nicht mehr verkacken. Bitte danach kommt noch was viel schwerer. Ja so. An der Stelle. Ich glaube nicht. Ich glaube dann nur noch das kleine Jump'n'Run und dann ist Ende. Ja. So, dann warte mal oben in der Box auf mich. Weil wenn du da ganz oben stehst, dann ist es zu weit weg. Ja. So, hau rein. Ah, das war gut. Das ist kein Problem. Wenn du da hinfällst, ist es kein Problem. Das ist ja easy. Äh, hups. Ich habe immer Angst, dass ich da einfach runterlaufe, weil ich meine Figur nicht sehe. Äh, okay. Boah. Nur nicht ganz runterfallen. Wenn du Panik hast, einfach ganz hart nach links pressen. Ja. Fliegst da voll rum. Ah. Ich probiere auch nochmal ganz kurz. Hat es mal lieber nicht gemacht. Oh Gott ey. Hey, First Try. Ich habe ein gutes Gefühl bei dem Versuch. Wir haben bisher alles im First Try geschafft in dem Versuch. Ja. Ja. Hehehe. Suchst du doch noch, wie schön. Oh man. Ich stehe unten auf der Plattform. Keine Sorge. Soll ich auch nochmal runter? Ja, musst du. Ich sehe nichts sonst. Ah, okay. Du kannst da oben stehen bleiben, aber äh. Hammer, hammer, hammer. Mäh, 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 mäh. Mäh, 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 mäh. Willst du oder soll ich zuerst? Hallo. Äh, so eine Zitterpartie. Mit dem Controller gar nicht so einfach. Mit Tastatur auch nicht. Nice. Nein. Aua. Moment. Fuck. Ich stehe aber wieder unten drauf. Keine Sorge. Nicht ganz so fies, ey. Hm? Nicht ganz so fies. Ne, ne. Immer wenn ich Panik habe, drücke ich ganz schnell nach links. Wenn du außer Kontrolle gerät, einfach kurz landen. Oh, shit. Oops. Na. Ja. Oh Gott, sis. Äh. Das war mir gerade eben ganz kurz falschrum an der Wand gestanden. Ach, kacke. Ja, ein bisschen kann man immer an der Ecke hängen bleiben, ja. Das ist so ein Rumgeeiere. Ja. Oh. 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 Dein Armacontroller. Oh. 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 Das ist ganz ruhig. Ey, das ist so schwer. Ja. Ich glaube, als wir das im normalen Level hatten, hatten wir eine dreimal so lange Linie. Oh, das war knapp. Ich wäre fast runtergefallen. Aber immerhin fallen wir jetzt offenbar nicht mehr runter. Das ist schon mal etwas. Kannst. So in kackten Ecken, ey. Geht doch. Aber vor allem, ich muss das auch noch schaffen. Ja. Das war zu hart. Oh. Jawoll. Oh, jetzt wollte ich dich. Kann man da drüber springen? Muss man. Okay. Das war zu hart. Oh, da ist der. Ah, okay. Ah, ich muss hier runter. Warte mal, du musst mich boosten. Oder hättest du mich vielleicht von da hinten boosten müssen schon? Nee, das passt. Da unten ist eine Wand. Das weißt du. Du knallst voll an die Wand, wenn du da runter springst. Ja, wie sollen wir das sonst machen? Musst du hier rein und dann denk ich mal wieder hier raus, oder? Ja, wir müssen beide da rüber, ist die Sache. Du musst mich rüber boosten auf jeden Fall. Und dann musst du selber, äh, also... Ich weiß wie es geht. Pass auf, pass auf. Also, du... Ich spring hier, ja, okay. Ich spring hier bis hier hin, dann springst du ab hier rüber und ich spring hier runter. Und du fallst runter, hoch und gehst dann rein. Ja, hoffentlich. Okay. Zell, zell, zell an, zell an. Zell, 3, 2, 1. Ja, okay. Nicht, nicht falsch machen. Nicht, nicht... Okay. Ja! Okay, das war aber echt nicht so schwer. Das war echt einfach irgendwie. Es war trotzdem ein Krampf. Wo ist das Ding, um hier raus zu kommen? Ich will hier nur noch weg. Ne, weg hier. Wie ist das schwer.